Grüß Gott! Sie sprechen mehr oder weniger gut Italienisch. Ihnen gefällt die Sprache, Ihnen gefällt das Land und Ihnen gefallen die Leute. Sie wollen sich der italienischen Standard-Aussprache nähern oder einfach nur ihr Gehör schulen. Dann wird Ihnen dieser Ausflug in die italienische Klangwelt gefallen. In sieben Modulen präsentiere ich Ihnen jene Besonderheiten, die das Italienische erst italienisch machen. Im achten Modul lade ich Sie zu einer Reise durch Italien ein, zu außergewöhnlichen Hörerlebnissen aus verschiedenen Regionen. Jedes Modul schließt mit einem Quiz. Sie können also direkt beweisen, wie viel Neues Sie sich angeeignet haben. Die Teilnahmebestätigung nach dem achten Quiz ist der sichtbare Lohn für Ihre Bemühungen. Allora, vogliamo cominciare? Relax totale. Concentrazione completa. Basta ascoltare e sognare. Das können Sie auch alles sagen. Sie werden auch verstanden. Aber Sie erkennt man sofort als Österreicher, Österreicherin oder als Deutsche oder Deutschen. Warum ist das so? Ganz einfach. Jede Sprache hat ganz spezielle Merkmale. Wir übertragen meist die Merkmale unserer Muttersprache auf die neu zu lernende Fremdsprache. Ein kleines Ratespiel für Ihre Ohren. Woher stammt jemand, der das nun folgende sagt? Buongiorno. Quanta costa una birra piccola? Avete una cámara livera? Habiamo freddo. Und jemand, der ungefähr so spricht? Buongiorno. Quanto costa questo pomodoro? Andiamo a fiesta. Partiamo subito. Oder jemand, der vielleicht so spricht? Oggi abbiamo visitato il Ponte Vecchio. Firenze, una città meravigliosa. Firenze, una città meravigliosa. Vaiіть Schrizik. Firenze, la città. Firenze. Es decir, Come werden Kind.